Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich nehme dich mit auf ein Teilstück der Mittellandroute, der D4. Diese führt vom östlichen Punkt Deutschlands zum westlichsten Punkt. Dabei durchquert sie die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen und die Route verläuft oft auf bekannten und populären Radfernwegen. Ich fahre auf der Route von Siegburg in Richtung Rhein, also auf die Bonner Seite und da es sich immer um einen Rundkurs handelt, fahre ich dann noch ein Stück auf dem Siegtal-Radweg zurück nach Siegburg. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, biete euch ein paar tolle Impressionen und Luftaufnahmen. Wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und noch viel wichtiger ein Abo, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr, was mich extrem freuen würde. Ja, ich bin endlich wieder unterwegs, muss man sagen, nach dem Urlaub in Holland. Da habe ich noch eine Tour gemacht, die habt ihr auch jetzt gesehen und es war mir einfach in den letzten Tagen und Wochen zu heiß. 34 Grad bei uns, da hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, eine Radtour zu machen und abends bin ich leider nicht dazu gekommen, wenn es abgekühlt hat, also von daher geht es jetzt wieder los. Ich fahre auf dem D4-Radweg, dem Mittelradweg, ich habe es gesagt und ich lasse mich heute einfach mal leiten von Komoot, habe das dort geplant und wie immer gibt es den Komoot-Link auch auf meiner Webseite, meinem Artikel zu Tour unter justontour.de und schaut vorbei, da gibt es auch noch weitere Impressionen und Bilder, also seid dabei. Ich liebe es, wenn Komoot wieder mal versagt. 3,32 Kilometer zurückgelegt und bis zum Ziel, ja, gar nichts angezeigt. Dann wird mir angezeigt, verbleibend noch 13 Minuten, das heißt, ich wäre fast schon wieder da. Auch das funktioniert natürlich nicht, also richten wir uns erstmal nach der Komoot-App ohne die Audioaufnahmen. Und gucken wir mal, wo wir gleich die Drohne steigen lassen können, denn das habe ich hier an zwei oder drei Wegpunkten schon vor. Ziemlich wenig Wasser erinnert euch im Winter, da war da richtig was los und jetzt ist es nahezu trocken. Heute ist richtig viel los, Sonntagmittag, mal schauen wie das da mit meinem Drohnenausflug aussieht, den ich ja auch in einem da mit dieser Tour machen wollte, mal richtig die Drohne nutzen. Wir fahren Richtung Hangeler, St. Augustin. Ich liebe es, wenn mir die Strecke bei Komoot sagt, dass ich hier richtig bin und die Stimme sagt mir jetzt umkehren. Also heute läuft hier mit Komoot wirklich alles falsch und es ist mal wieder einer dieser Tage, wo man Komoot verfluchen könnte. Ihr seht die Auswirkungen der letzten Wochen, hier ist kein Halm mehr grün. Ja, richtig was los hier auf der Tour, muss mal sehen, ob das der richtige Tag war, um Drohnenaufnahmen zu machen. Da muss ich ansonsten den einen oder anderen Spot nochmal separat anfahren, wenn ich dafür Zeit habe. Es ist insgesamt auch total viel los. Die Leute werden das Wetter, das nicht mehr ganz so warm ist, natürlich jetzt auch ausnutzen. Ja, früher waren es Telefonzellen. Jetzt sind es Bibliotheken oder Büchereien, wo man sich Bücher nehmen kann. Wir nehmen einen kleinen Umweg hier an einem Hof entlang, sieben Tage frisches, ich weiß gar nicht, Obst, was auch immer. Wir fahren einfach mal schauen. Also es riecht auf jeden Fall, aber so richtig einladend sieht das nicht wirklich aus. Ja, das war ein guter Umweg. Besser als an der Straße entlang bin ich jetzt hinter dem Hof, geht es weiter und ihr seht es landschaftlich wunderbar. So ist das Tourabbruch auf dem Mittelradweg. Meine Frau rief an, ein Kind ist unleidlich, will nicht mit zum Tennisplatz. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als auf direktem Wege nach Hause zu fahren und mal zu gucken, was da los ist. Sie will unbedingt mit mir später mit dem Hund gehen, was ich gleich noch machen wollte. Und ja, mal sehen, ob das dazu kommt. So ist das. Als Familienvater kann man nicht immer alles planen, so wie man das will. Okay. Okay.